Herzlich willkommen beim Hauptgeheimnis guten Storytellings. Ich bin Alexander Christiani, Mentor und Coach für authentische Business-Kommunikation, vor allem durch Storys. Storys, die wir unseren Kunden erzählen, die wir mit unseren Mitarbeitern teilen und Geschichten, die wir uns selbst erzählen. Und wenn du mich fragst, Alex, wie mache ich denn gutes Storytelling, das wirklich bei meinen Kunden ankommt? Was ist gutes Storytelling, was du immer versprichst? Dein Durchbruch ist nur eine Story weit weg. Welche Storys bringen mir den Durchbruch? Und meine Antwort darauf ist, die besten Storys, die ich bei meinen Kunden gesehen habe, die immer zum Durchbruch führen, sind die Geschichten, die den Kittelbrennfaktor des Kunden richtig adressieren. Und da will ich jetzt heute mit dir in die Tiefe gehen. Vielleicht fragst du, du hast total berechtigt, Alex, was meinst du mit Kittelbrennfaktor? Und ich sage, ja, stell dir das einfach wörtlich vor, du bist irgendwo im Chemielabor, du hast einen Kittel an, du warst irgendwie ein bisschen unachtsam und dein Kittel brennt jetzt. Und jetzt kommt jemand vorbei, sagt, du, ich habe einen guten Gebrauchswagen für dich, das ist ein echtes Schnäppchen. Und dein Kittel brennt. Oder jemand sagt, hey, hast du doch Lust, heute Abend mit mir ins Kino zu gehen, ich lade dich auch nachher auf ein Prosecco ein. Und du denkst, hey, wenn dein Kittel brennt, ne, ich will jetzt nicht einen Rolls-Royce für 10 Euro haben. Und ich will nicht den ganzen Abend freigehalten werden. Und wenn es Dom Perignon wäre, ich will jetzt jemanden haben, der mir hilft, meinen Kittel, meinen brennenden Kittel zu löschen. Sind wir uns also einig, für den Rest des Lebens was Kittelbrennfaktor ist. Das, was den Kunden wirklich unter Nägeln brennt. Und ich sage dir ein Beispiel von einem meiner erfolgreichsten Umsetzungskunden, das Robert Holz aus Schwerin, das Friseurunternehmer. Seine Frau hat ein sensationelles, und du kannst es wirklich überprüfen, wenn es dich interessiert hat, ein sensationelles Haartressen-Konzept entwickelt. Die hat gelernt, wie man Echthaar so mit, also neues Haar, um das Haar fülliger zu machen, wie man dieses so gut mit dem vorhandenen Haar verwebt, das völlig unsichtbar ist und komplett robust ist. Das Ding kostet weniger als die Hälfte von dem, was andere Systeme kosten. Das Ding funktioniert in einem Fünftel der Zeit, hat also Vorteile ohne Ende. Und Robert hat mehrere Jahre, und er war auch damals schon erfolgreich, also wenn du als Friseurunternehmer in Schwerin eine halbe Million Euro Umsatz machst, dann kannst du anderen Leuten auch in viel größeren Städten schauen, wie Hamburg, eine Menge Tipps über gutes Marketing geben. Also nur, dass du mich richtig verstehst, der Robert war immer in dem Bereich schon gut unterwegs. Und dann hat er Storytelling gelernt, und dann hat er versucht, diese Tressen besser zu verkaufen, und am Anfang hat das nicht gut funktioniert. Und er hat zu mir gekommen, und er hat gesagt, du Alex, was mache ich falsch? Und ich habe darüber nachgedacht, und ganz ehrlich, ich fand die Story cool. Ich fand das mit diesen Haartressen, ich fand, wie happy mehrheitlich die Kundinnen waren, die wieder volles Haar hatten, ich fand die Vorteile gegenüber anderen Lösungen, dass es nur im Viertel der Zeit geht, und so weiter und so fort. Ich fand all diese Sachen mega, also mit allen Worten, es waren keine offensichtlichen Storytelling-Fehler drin, und deswegen bin ich auf das gegangen, wo ich dann immer hingehe, was ich auch dir empfehle. Ich habe gesagt, Robert, was ist der Kittelbrennfaktor deiner Friseure? Was brennt denen am meisten unter den Nägeln? Wollen die von dir lernen oder deiner Frau lernen, solche Haarergänzungssysteme zu haben? Und er sagte zu mir, nein, das geht dem meisten meiner Friseure am Hintern vorbei. Und ich sage, aber was ist Ihr Kittelbrennfaktor? Was wollen Sie wissen? Und er sagte, du, Alex, Friseure haben ein Riesenproblem. Die können normalerweise nur 12 Euro pro Stunde ihren Mitarbeitern zahlen. Und deswegen haben sie letztlich so B-Mitarbeiter und C-Mitarbeiter, die halt irgendwo anders keine höherwertigen Jobs bekommen. Und wenn die einen Weg finden würden, und das, was sie wollen, ist, wie kann ich gute Mitarbeiter rekrutieren? Wie kann ich hier noch den einen oder anderen Friseurgesellen oder die Gesellin bekommen, die bereit sind, für 12 oder 14 Euro die Stunde zu arbeiten? Und ich sage, und? Ja, dann sagt er, die Chancen sind natürlich null, weil die richtig guten Leute in was anderes hineingehen. Und ich sage, könntest du den Menschen, der mit deinem Haartressensystem auch da helfen? Und dann merkst du, aber man geht so ein Strahlungsgesicht. Und du sagst, klar, wir zahlen unseren Mitarbeitern, und nochmal, wenn du Friseurmeister in Schwerin bist, geht zu ihm hin. Wir zahlen unseren Mitarbeitern 35 Euro die Stunde, die auch diese Haartressen implementieren. Ich sage, was? Ihr zahlt das dreifach? Er sagt, ja. Ich sage, du, Robert, was wäre, wenn wir die Story umbauen? Wenn du die Story umbaust und du baust sie hin auf Kittelbrennfaktor, du sagst, wer von euch als Friseure würde gerne einen Top-Mitarbeiter haben? Und wer würde gerne, um diese Top-Mitarbeiter bekommen zu können, wer würde gerne das Geheimnis wissen, wie das geht? Wer würde gerne wissen, wie er statt 12 Euro die Stunde seinen Mitarbeitern viel mehr zahlen kann, sodass von allen guten Mitarbeitern alle anderen Friseure der Stadt hinkommen und jetzt anfangen wollen, für dich zu arbeiten? Und deswegen hat die Story gebaut, wie machst du Recruiting, wie gewinnst du gute Mitarbeiter und zahlst ihnen anschließend 35 Euro die Stunde? Und dann hat die das Konzept erzählt. Und hat gesagt, indem du deinen Mitarbeitern so und so viele Kundinnen zufügst, die auch Tressen haben wollen, weil dafür zahlen die Kundinnen so und so viel und wenn deine Mitarbeiterin das und das kann, dann kannst du ihnen so und so viel zahlen. Und das Ding war, ist durch die Decke gegangen, sondern wie Hölle. Robert hat innerhalb von weniger als zwei Jahren seinen Umsatz von 500.000 auf mehr als anderthalb Millionen Euro gesteigert in seinem kleinen Friseursalon in Schwerin. Und um es mal ganz vorsichtig zu sagen, Schwerin ist eine wunderschöne Stadt und auch wenn du ein Fan von Mecklenburg-Vorpommern bist, es ist infrastrukturell nicht gerade der Nabel und der Mittelpunkt Deutschlands. Also wenn du da anderthalb Millionen Euro machst, was viele Friseure in München der Maximilianstraße oder so etwas nicht schaffen oder in Hamburg in der Mönckebergstraße, die schaffen, dann siehst du, wie gigantisch cool das ist. So, und zusätzlich hat eine Firma aufgebaut, die Hardtressen und Hardtressen Services anbietet und die macht auch nochmal zusätzlich eine Million Euro Umsatz mit einem ganz hohen Deckungsbeitrag, die es vor einem Jahr oder anderthalb Jahren in dieser Form noch gar nicht gab. Diese GmbH ist brandneu. Also, du hast hier eine Story, mit der jemand von 500.000 Euro Umsatz, was schon in seiner Branche sehr gut war, auf zweieinhalb Millionen Euro Umsatz, Jahresumsatz kommen ist, in weniger als zwei Jahren. Moral von der Geschichte, gute Storytelling ist nicht nur eine gute Problemlösung, den Kunden zu kommunizieren, sondern sich auch zu fragen, welche Teile der Problemlösung, die ich hier habe, sind für den Kunden emotional besonders wichtig, weil das ist der Kittelbrennfaktor. Und wenn du beim Kittelbrennfaktor ansetzt, dann wirst du in der Tat deine eigene Durchbruch-Story finden. Und wenn du noch ein bisschen Best-Practice-Modeling machen willst und sagst, Mensch, Alex, mit dem Robert Holz ist so spannend, kann ich über den mehr Infos finden? Dann heißt die Antwort, ja, wir haben ein eigenes Best-Practice-Beispiel mit dem Robert gedreht und das findest du hier. In diesem Sinn, lass dich inspirieren für die Umsetzung und wir sehen uns. Bis bald, dein Alexander. Hey, wenn dir der Content hier gefallen hat, hast du vielleicht schon gemerkt, auch dein Durchbruch ist nur eine Story weit weg. Für weitere Story-Durchbrüche, klick hier unten, abonnier unseren YouTube-Kanal, folge uns auf Instagram und bleib dabei.